Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil vom Pokémon Tekken Dings auf Nintendo Switch im Online-Rang-Match. Wir wollen Punkte sammeln. Deswegen versuchen wir es weiterhin. Auch wenn es nicht immer so gut läuft. Gegen Mewtwo, He-Boy. 53 Sieger aus Österreich. Hello, Gruppe D4. Hardcore-Trainer hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich muss noch ein bisschen das Beamen üben. Deswegen mache ich das so oft. Oh. Hüboi! Ja. Bleib dran. Was mache ich denn? Gar nichts irgendwie. Was war das denn? Sehr schön, He-Boy! Go! Hey, warum hat mein Pokémon nichts gemacht? Das kann ich auch. Oh yeah, Donner gewonnen. Sehr schön, 50 Punkte dazu gekriegt. Nächster Kampf, wen kriegen wir, wen finden wir? Aus Feindernertmann, der Nick aus Polen, 1382 Siege, Gruppe C2 mit Totok. Ich hoffe, das ist nicht der, den ich mal schon mal als Gegner hatte. Der immer nur dasselbe macht, Hydro-Pumpe und danach dann diese Riesen-Aura-Sphäre da oder was so immer. Doch. Das ist doch einer, der nur dasselbe macht. Kann ich auch sowas? Ah, komm. Hm. 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 Oh. Ja. Authentik. Zeug. Ey. Eliot. ja scheiße ich habe natürlich weiter angegriffen sonn ist es ist aber immer schwierig an zu leute ranzukommen wenn sie immer nur so ein kack da machen jawohl meine wiederum schon mal glück gehabt jetzt ja da trifft er mich noch unfassbar ja wie geil ist das dein hammer hat mit einem kaffee gewonnen meine güte und ich bin ruhig geblieben wunderbar sehr schön war fast ein unfaires spiel wieder gespielt hat wie gesagt ich hasse das mit dieser hydro pumpe und an diese riesigen sphäre da hinterher da kommst du nicht an den gegner dran so wirklich das ist kacke aber ich habe es geschafft geil aber nur weil ich nicht versucht habe so schnell schnell zu machen irgendwie glaube ich so von wegen schnell draufhauen ohne ende nein ich hab war ruhig irgendwie ruhig und gelassen her der lage werden wenn haben wir da die boy noch einmal aber die sind mit ganger ok so was hat er viel ausgehalten dem sein konnte hat ja alles mögliche eben gerade ausgehalten das war ja wahnsinn er denkt sich bestimmt auch was ist das für ein gegner glaubt mir ich bin nicht so stark also guck die anderen videos dann siehst du wie ich voll abgelöst habe keine ahnung beziehungsweise ich bin so mich mal smart wenn die starken mal bin ich wieder schwach keine ahnung aufstiegsrunde naht jawoll plus 50 punkte eine runde geht noch kommen um gegner ich weiß nicht also ich hoffe ich werde heute bei der aufnahmesession noch gruppe c5 das wäre geil wenn ich aufsteigen würde aber ich hasse dieses ach komm wir haben dann noch getroffen bevor auf dem boden auf dem kampf ich weiß nicht ich weiß nicht sich die weiter überschnitten der ma oder die ma aus mexiko 176 siege mit schatten mit und gruppe c3 mit 176 siegen schlecht schatten youtube das ist auch so eine sache mal gegen unsere dunkle seite gewinnen ach komm klappt irgendwie nicht sie hey ich wollte meine hilfe allein rufen ja So ein Mist. Ach komm, warum gehen meine Sachen nicht? Du willst mich doch verarschen hier. Hallo, Grotum, für was bist du da? Seid ihr das nicht vereiteln, alles? Da kommt endlich mal wieder dazu, dass ich der Aufstiegsrunde nahe und dann wieder schon sowas. Unfassbar. Danke, ich danke euch fürs Zuschauen. Schade, dass das Netz schon wieder verloren gegangen ist. Aufstiegsrunde nahe steht es irgendwie immer noch. Habe ich nochmal Glück. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme übermorgen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo und bis dann. Tschüss. Achso.